Hallo, Ladies and Gentlemen, und was ist sonst noch es geht bei eurem Neon Keks. Ähm, vorweg mal, das Rauschen im Hintergrund ist mein Computer. Ich nehme das jetzt live auf und ja, das ist mein erstes Live-Kommentary, glaube ich sogar. Wir spielen heute Freu für alle auf Hijacked mal wieder. Die Map kommt irgendwie viel zu oft dran. Und ich spiele mit Sniper, aber ich werde euch zeigen. Ich spiele nicht normal, nein. Ich werde meine Maus umkehren, ja. Das heißt, wenn ich jetzt hoch will, gehe ich runter und wenn ich runter will, gehe ich hoch. Und ich finde Snipen schon so, wow. Alter, ist das so. Ich finde, Quickscope mit Black Ops 2 ist sowieso schon so schwer. Und jetzt soll ich damit auch noch ge... Ach nee, oh mein Gott. Ich versuche einfach, also muss ich hier hoch. Ah. Alter, ist das so schwer. Also keine Ahnung, wofür dieses Maus-Invertieren eigentlich gut sein soll. Alter, ich... Boah. Also ich weiß ja, dass es bei... Ja, ich habe ihn getroffen. Äh. Bei Flugzeugen, bei so Flugzeugspielen verwendet wird. Weil man da ja in echt auch andersrum zielen, äh, andersrum machen muss. Weil die Heckklappen da halt nach oben und nach unten und so gehen, ja. Also zum Glück wird das... Ah. Loll, ich habe ihn getroffen. Alter. Leute, versucht das mal. Das ist... Arschwer. Wirklich. Und zieht einen vor sich und zieht aus Reaktion einfach runter und dann ist man ganz oben. Ach du Scheiße. Ich glaube jetzt nicht, dass ich das wirklich gewinne. Vor allem, weil der schon hier 8 Kills hat. Aber ich hoffe, dass ich... Äh. Nicht zu schlecht bin. Ach. Alter. Ja, jetzt wird mir sogar ein Kiss geklaut, da seht ihr's. Ja, der war doch drauf, Alter. Okay. 2 zu 4. Ich... Fail gerade ein... Ja, okay. So mit dem... Ja. Jetzt haben wir noch eine Drohne. Hält... Hä? Ja, kann man nichts machen. Und ich respawn mal wieder. Schön bei Ihnen. Guck mal nicht treff ich. Alter. Aber wer hat das Maus-Invertieren erfunden? Den inventiere ich gleich... Ja. Den inventiere ich gleich sein Gesicht. Oh mein Gott. Es ist einer... Ja! Uff... Weil... Äh. Weil... Äh. Das quickscope nicht so gut geht. In Black Ops 2. Ähm. Man muss nicht... man muss wie im black ops 1 auch hier zu dritten sein dann trifft man nämlich auch auf punkt das heißt es nicht wie man wie in mw3 nur so nur näher hin geht in scope ich weiß nicht ob ihr schon hart ist aber es gibt ja so übelst wieder essen weil was gerade beim sprinten sieht man die und wir sich hinlegen und dann springt man und stirbt trotzdem das kann ziemlich nervtötend sein sind mir die gegner ich habe fünf neun kommt schon da das schmeiße ich hier die stadt alter vergessen was ich so hoch mein gott ist das schwer ja kommt doch noch öfter von hinten du flick ich krieg dich nein sechs zwölf geht doch ja ich mag was alter egal ich könnte ja mal auch probieren selbst so zu spielen also mit sniper und maus invertiert schickt mir dann mal könnt ihr mir eure schicken die ihr erreicht habt hier wird sicherlich besser als ich weil ich kann man nichts mehr machen ich habe ich gesehen dass ich trotzdem live gut kommentieren also live aufnehmen kann ohne dass es wirklich so schnell stockt jetzt müsst ihr mir jetzt sagen was ihr besser findet ob ich jetzt nicht live spiele und versuche mit euren klassen immer zu gewinnen oder ob ich live spiele und so fehle wie jetzt es werden dann auch wahrscheinlich auch so tour live kommentaris kommen ja schauen wir nicht finden nein hitmarker um ein gut ja 7 17 geht doch ich bin doch nur letzter ja also wenn ich jetzt jetzt hier irgendeine feed reißen würde ich glaube ich wird so abgehen ich würde es mal so ja wir sind ja hin oder ja ich glaube sie jetzt bitte hofft ihr hofft ihr nicht dass ich auch in echt so spiele also ohne maus inventur wenn du so was ganz anders egal ja nein ich weiß nicht wie es euch geht aber ich hasse die es ja cool ich kriegte euch äh wo ist denn der hitmarker komisch und hat mir mal so viel glück und trifft so ein schuss und dann fucking hitmarker nein ich will nicht selber ah komm schon ich bin immer noch letzter äh was habe ich in meinem leben falsch gemacht oder was nicht das ist die bessere Frage ja das war jetzt ein sehr reizendes spiel schreibt mir in die kommis erstens eure neuen klassenvorschläge und ob ich jetzt live kommentieren soll oder versuchen soll einfach zu gewinnen und halt dafür nicht live falls ihr euch draußen zu viel gestört habt schreibt das bitte auch dazu ich werde mir vielleicht das einverlassen nur mein kühler ist einfach zu laut danke fürs zuschauen ich würde mich über einen daumen hoch freuen und natürlich wenn ihr es verbreitet bis zum nächsten mal bei euren Neon Keks ciao